hallo und herzlich willkommen bei zu einer weiteren folge von my time at porsche ja ja wir haben in der letzten folge geheiratet was haben wir denn da vier nicht in der letzten aber wir haben geheiratet die gute mei was ist denn das bambus papaya mit ei oben drauf okay wo ist sie denn dann sagen wir natürlich noch kurz einmal hallo und es gibt ein küsschen so viel zeit muss sein so tschuldigung wollte ich nicht schubsen und ja wir brauchen jetzt auf jeden fall noch viel t das mal naja viel holz sehr schön dass wir da den dud besiegen können so von emily auf einem meiner spezial jetzt spaziergang ist mir aufgefallen was du für da war und die baumschule gebaut hast habe mich gefragt was ähnliches für mich und so ein bauernhof machen könntest besucht mich mal so dass wir uns darüber unterhalten können aus sicher doch so wir haben den bau die forschung für den bauplan abgeschossen geschlossen ein fischschaukasten okay so dann wollen wir doch mal gucken die emily ein was wir dann für sie bauen sollen da helfen wir natürlich auch gerne so emilys brunnen hallo hast du meine nachricht erhalten das bewässerende felder kann wirklich anstrengend sein vor allem wenn sich oma's rücken wert könntest du mir helfen einfacher an wasser zu gelangen klar machen wir großartig ich habe an einen brunnen gedacht und an etwas um das wasser heraus zu pumpen so müsste ihren oma so müsste oma ihren rücken nicht so belasten du hast recht vergiss nicht dass wir auch etwas benötigen um das wasser zu lagern was wir nicht sofort verbrauchen ich werde sehen was ich tun kann ich würde mich wegen des brunnenbaus mit dem forschungszentrum in verbindung setzen sie haben der ziviltruppe bei der errichtung des bruns bei der klinik geholfen ok machen wir schmuckkästchen müssen wir noch machen ok handelsauftrag ist das dann wollen wir doch gerade mal gucken so holzkohle können wir noch mehr machen ja so dann müssen wir mal gucken was wir denn noch alles so brauchen manganstahl tanken wir auch gerade mal auf so kommen wir denn da hoch ach so wir haben einfach terrasse ok t wir brauchen noch mehr t mixer kräuter t kräuter brauchen wir noch mehr ok roter t t von sofis bauernhof und baumharz haben wir dann machen wir auch da mal gerade welchen da kommt so verbund holzbretter und schmuckkästchen das wollen wir fertigen kristall da brauchen wir noch mehr kristall ok und sulfat haben wir aber gut kristall kriegen wir dort auf der insel da können wir ja auch gleich noch ein bisschen lamas hauen immer wieder sehr beliebter sport lamas hauen ach so und das komische schild für da oben muss man auch noch machen stimmt haben wir hier irgendwo kristall haben wir gewollt sehr schön safir und kristall müsste das geben so rein von der form her ohne nur kristall ok aber da brauchen wir auch einigen von daher müssen wir zwei schmuckkästchen machen fällen war gerade mal müssen wir gucken wir ja noch mehr kristall finden auf der insel so wilder kristall haben wir auch noch wieder sehr schön da müssen wir auch noch mal irgendwann drüber ja gibt noch viel zu tun kann ich denn hier ja kann ich man sieht so da oben genau sieht man es das war das was ich gesucht habe kann ich die ja auch so sehr schön dann machen wir die auch weg farmen wir noch ein bisschen wie kommt der typ darüber gibt doch gar nichts wo man da rüber laufen könnte müssen wir die noch irgendwas boot müssen wir glaube ich einmal irgendwann bauen und interview fürs research center müssen wir auch noch machen der ist an den kann ich nicht okay schade der kristall ist nicht da hätte mich sehr gefreut und wir brauchen kräuter koriander ist das auch schade kein kristall so aber dann können wir auf jeden fall schon mal ein schmuckkästchen machen oder sehe ich das falsch so die sammeln die bringen auch sorgen auch dafür dass wir gesundheit wiederherstellen können das ist immer wichtig sehr wichtig sogar so machen wir hier oben noch mehr kräuter die wir sammeln können ja sehr schön die brauchen wir nämlich dringend so wie weit bist du auch noch einen tag und zwölf stunden was wollen wir hier bauen hatte ich gar nicht mehr in erinnerung stimmt so kräutertee elf stück können wir machen sehr schön und wir sollten jetzt hier auch zwei fertigen können wunderbar zwei brauchen wir stahlplatten vier wo haben wir sie denn zwei haben wir vier brauchen wir haben wir die da nicht verbund holzbrett stahlplatten stahlplatten können wir hier welche machen stahlplatten nee kann er nicht aber hart holz deal die können wir verkaufen das ist gut so stahlplatten dann machen wir hier mal stellen wir das mal ein abbrechen abbrechen stahlplatte brauchen wir nämlich so sehr gut und dann kann man mal weiter sausen und gucken dass wir unseren handelsauftrag noch los werden neun werden wir glaube ich nicht kriegen handelsauftrag wo müssen wir denn da hin emilies brunnen ja ins research center müssen wir ja noch oh sam achso sam 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 braucht zwei wie kriegen wir denn das hin das ist jetzt noch die große frage komme ich noch ins research center jawohl passt sehr gut die müssen wir fragen oh a photo of me you're sure you don't just want one of merlin ja auch von petra ein brunnen und etwas um das wasser herauszupumpen hm sollte nicht allzu schwierig sein bring mir fünf datendisken und ich werde sofort mit der forschung beginnen hallo du hast sie super es wird ein wenig alle daten zu anna dauern alle daten zu analysieren so und jetzt müssen wir ein foto machen äh halt 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 fortsetzen da wollte ich nicht hin sie geht einfach sie geht petra petra bleibt doch ich muss doch ein foto von dir machen inventar fotoalbum foto machen genau so speichern 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 so zwei bilder haben wir merlin petra und da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr rein so outdoors of the research center foto machen dann müssen wir morgen nämlich nur noch perfekt eins von der recovery maschine machen und dann haben wir sie alle so und dann gucken wir mal ob wir irgendwie zu sam kommen hi gas wo hast du deine süße schwester gelassen das ist hier noch die frage da haben wir nochmal kräuter das ist gut die nehmen wir natürlich mit brauchen wir so ich bräuchte noch so ein skelett aber das kriege ich halt hier nirgends das ist ein bisschen doof kräuter nehmen wir mit brauchen wir ich gucke mal ob ich das hier irgendwie abgeben kann bei das bei sam hm 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 geht das wenn ich da rein laufe aber ich glaube nicht leider leider nicht ich muss tatsächlich den du da besiegen und das schaffe ich jetzt so noch nicht vorher kann ich den handelsauftrag nicht erledigen das macht das ganze nicht einfacher ganz und gar nicht glaubt er gibt aber auch nichts besonderes dieser bau sieht zwar anders aus aber aber probieren thomas hartholz ein bisschen eisenholz so nehmen wir ihn hier tuff tuff einmal nach hause bitte danke so ja da müssen wir gucken wenn wir das noch hinkriegen mit dem handelsauftrag was machen meine stahlplatten zwei sind noch mal fertig hallo da können wir noch mal holzkohle machen was können wir denn hier schickes machen steinziegel wäre eine idee das einfach ein bisschen was passiert so carbon stahlbaren da können wir noch ein paar weitere fertigen wir haben wieder holzkohle so da können wir auch mal auftanken sondern wird zeit dass man ins bettchen gehen 23 uhr schatzi wird schon längst im bett liegen genau ja damit sage ich vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal